Musik Heute, Echtzeit TV ist heute bei dir in Wiesfleck. Was hast du dir heute für ein Event? Ja, wir haben die große Ehre, das ÖKL-Zertifikat verliehen zu kriegen für Tiergeschütze, Pädagogik und Therapie, soziale Arbeit am Bauernhof. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ja, ich werde das Wort einfach gleich an die Conny weitergeben. Die ist vom ÖKL und die kann dir das am besten erklären. Ja, bei der tiergestützten Pädagogik, Therapie und sozialen Arbeit am Bauernhof geht es darum, dass man landwirtschaftliche Nutztiere einsetzt. Gezielt zur Förderung und gezielt für pädagogische und therapeutische Zwecke. Das heißt letztendlich, man braucht mit seinem behinderten Kind nicht nach Florida fliegen zu einer Delfin-Therapie, die man sich nur einmal im Leben leisten kann. Und sowieso, die Delfine schlecht kalten werden, nein, man kann das eben auch mit landwirtschaftlichen Nutztieren auf die Bauernhöfe in Österreich machen. Die Heidelinde hat alle fünf Säulen der ÖKL-Zertifizierung bravourös gemeistert und dementsprechend kriegt sie heute die Auszeichnung. Und wie wird das da in Österreich eigentlich angenommen, weil alles, was ein bisschen neu ist, ist ja nicht so ganz einfach. Das stimmt, aber das Thema tiergestützte Therapie, das boomt und dementsprechend hat sich eben das ÖKL darum angenommen, dass man eben auch ein qualitativ hochwertiges Angebot, das man auch außen gut vertreten kann, am Bauernhof anbieten kann. Wenn man sich die Tiere bei Heidelinde Haller so ansieht, wie relaxed und beruhigend sie wirken, kann man sich gut vorstellen, wie tröstend sie erst für kranke Kinderseelen sein müssen. Heidelinde Haller, wie bist du auf das gekommen, dass du da gerade in das mit jeder reingewochst? Ja, durch unsere Kinder, also die Elisa hat immer wieder Unterstützung gebraucht in verschiedensten Bereichen und die Tiere waren einfach das heilsamste Mittel für sie, sind wir draufgekommen, dass die dann einfach wirklich wieder aus sich auszukommen und dass es ihr einfach gut geht. Und es hat sie einfach angeboten, sie da weiterzubilden und aus dem Ganzen ist das Interesse und die Liebe dazu so gewachsen, dass ich gesagt habe, das möchte ich dann auch für andere zugänglich machen. Frau Landesrätin Verena Dunst würdigte ebenfalls Heidelinde Hallers Projekt und kam dafür extra nach Wiesfleck. Zahlreiche Besucher freuten sich mit Heidelinde und feierten mit ihr im Anschluss den Erhalt des Gütesiegels des ÖKL. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man sowas verliehen kriegt? Ja, als erster burgenländischer Betrieb ist man natürlich schon sehr stolz und ich muss auch sagen, ohne meine Familie, also Unterstützung ohne der Familie hätte ich das eh nicht schaffen können und ja, ich bin einfach dankbar, dass wir wirklich das jetzt endlich dann umsetzen haben können. Jeden ersten Samstag im Monat findet beim Biobauernhof Haller außerdem ein Dorfmarkt statt. Jeder aus der Gemeinde Wiesfleck kann hier seine selbstgemachten Produkte präsentieren und verkaufen. Die Erzeugnisse reichen von Pflanzen, Obst, Gemüse, Handarbeiten, selbstgemachten Mehlspeisen und vieles mehr. Wenn Sie einmal etwas Zeit übrig haben, dann schauen Sie einfach vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020